Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Landesstatistikgesetzes und bitte den Berichterstatterabgeordneten Tipi um die Berichterstattung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig den Gesetzentwurf in zweiter Lesung ungeändert anzunehmen. Danke schön. Danke, Herr Tipi. – Mir liegen keine Wortmeldungen vor. Dann schauen wir, ob wir die Einstimmigkeit auch hier im Raum hinkommen. Wer dem Gesetzentwurf die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach Nein-Stimmen und Enthaltungen. Damit ist das dritte Gesetz zur Änderung des Hessischen Landesstatistikgesetzes angenommen und wird zum Gesetz erhoben. – – – – Untertitelung des ZDF, 2020